Das ist eine Aktion von Avonair. Ich will ein bisschen das Bild des Scherchers demystifieren. Was ist eine Aktion, dass die Schercher nicht über sich zu sprechen, sondern sie sehen, dass sie trotzdem einen speziellen Beruf haben. Und dann haben sie auch für die Schülern, für die Schercher, auch eine Flasche an der Blutze gesehen. Und dafür wollen wir hin, um ähnliche Schercherinnen zu beginnen. Ich fand es eine super flotte Idee. Es ist viel Deutsch, dadurch, dass sie bei uns auch schon mehr gehen. Ich habe immer festgelegt, dass sie den Job geht. Das ist auch für Sanktisch-Arbeitsplatz. Ich hoffe, dass es eine flotte Diskussion geht. Dass sie auch früher nur noch mitmachen. Ich arbeite eine Forschung in Artikel. Das ist wichtig, mit der Robotik. Das ist der Fakt, dass wir sie als assistenten können. Das ist ein Scherchst, mit vielen, 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 und für die Zukunft zu entwickeln. Die Eltern reagieren sehr unterschiedlich. Sie wissen nicht sehr, wie man das, aber sehr schnell, wenn sie sehen, dass sie einen kleinen Projekt interessieren. Sie können mehr wissen. Das sage ich, dass sie nicht mehr verlieren. und diesen Frauen im Computer zur Hochschule zeigen. Nel JL möchte schon aufhängen bei den Sciences- und Rechercherinnen der Kohlmanns. Sie habe in allen kleinen Gebieten erlebt. Sie hat sich gesehen, dass sie an der Recherche zur Hochschule gehört, auch zu Lötzebüch, also zu Lötzebüch, in dem Gebiet auch Berufe aussehen und dass sie in Zukunft eine-這種-Mutter gestalten können. Ich denke, das ist wie eine Gelegenheit, die ich nicht oft tue. Ich war schön am Flotzen, weil dort einfach das, was mich an Menschen interessiert. Bisschen mit Menschen, man nicht umdenken, gerade so ein Labo oder ein Computer. Ich bin von einem Soziologen, also das sind von ganz anderen Bereichen, die es dann von gar nicht als Forscher geht, aufstampeln. Eher ist eine Assoziation, das Bild von einem Forscher für Menschen, die in einem Schiff haben, der im Laboratorium steht, Sachen zusammen mit Menschen, die in einem Chemiker oder Physiker forscht. Seit mir ist alles ein bisschen mehr aktiv, auch die Madame, die mit den Roboten forscht. Ich denke, dass sie auch nicht der Typ von Forscher spielt, wie man weiß, die Kittel. Sie schafft auch ein bisschen mehr mit den Leuten interaktiv. Ich war sehr interessiert. Jusqu'à la fin, ich hatte die Fragen, ich hatte eine große Kuriosität und ein Interesse. Hatte Spaß gemacht, ich hoffe noch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.